Ja, hallo, meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu meinem Let's Play von One Piece, One, äh, blablabla, One Piece Pirate Warriors 2. Ja, wir sind hier jetzt in einer neuen Episode von Kapitel 2, und zwar in der Festung der Hölle. Los geht's. Ah, das brauchen wir alle nicht, wir können Segel setzen. Und zwar natürlich mal wieder mit unserem guten Raffikun. Ja, alles klar. Raffikun. 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 unseren frankie boy und ja gut sehr sehr gut berry wachstum können wir mal eben schauen da kann ich natürlich nichts machen na gut da kann es losgehen viel spaß was viel spaß feine mit gif gas okay oh yeah im ball dann oh mein gott los geht's war gott ihr wart damals schon schlecht weil ihr seid jetzt besser naja ok irgendwie meine ich sind wir in jedem level overpowered oder kann das sein also ich glaube schon vollständige abregung von intel down ach quatsch mich nicht zu oh holla was denn hier los ich bin verwirrt nein bullshit so also echt so viele wie hier waren ne da müssen wir mal eben kurz entgegen wirken komm schon frankie boy yes da hat mal eben alles wieder gemetzelt so sieht's mal aus hier ey so und down hold the wall was zur hölle wieso ist denn da jetzt ey hier habe ich jetzt was verpasst wieso ist denn hier los was da los 10 minuten ist nicht gerade lang möchte ich dazu mal erwähnt haben einmal bitte den basenkommandant weg sprengen so die ist schon mal eingenommen aber jetzt verschwindet doch mal ja mal was geht denn hier ab war das hart also irgendwie ist das level hier hart nochmal der basenkommandanten sagt ja er sagt zwar basis ist eingenommen allerdings nicht das territorium was ich sehr schlecht finde was haben wir hier er drei okay da ist er schon hallo herr marinekommandante so haki so der macht jetzt auf jeden fall jetzt nicht lange komm schon gut so frankie boy der macht jetzt mal eben kurz die anderen hier zack hehehehe so jetzt gibt's hier aufs maul so down und und kude boah etsch schöne kombo und und der ist auch down ey was zur hölle was geht mit dir jetzt ab oh die zeit rennt leute die zeit rennt ne ey was ist denn hier los egal feuerfaust bans territorium eingenommen oh mein gott wie viel sind denn hier was denn hier los was da los oh hier kannst ja hinschlagen wo du willst du triffst immer einen irgendwie ok ich glaube da vorne ähm ähm moment da vorne genau das ist das nächste territorium was wir hier einnehmen können gott ja irgendwie passt mir die zeit da oben mal gar nicht hehehehe die die macht mir druck ich hasse es unter druck spielen zu müssen so ach du schande was zur hölle was geht denn hier ab so feuerfaust pistole badaboom ok so leicht kann man sich das machen oh ein schätzchen ein neues ist immer gut auch ja happy so alle geh dir mal bitte weg hier so kuro jetzt hehehehe Oh Gott, nur noch 6 Minuten. Ich krieg die Krise hier. So, ihr geht mal alle bitte weg. Na los, und jetzt. Zack. So, im Normalfall müsste ich das jetzt... Äh... Müsste ich das jetzt eingenommen haben. Komm her, Anführerlein. So, ich nehm noch ein paar von deinen Leuten mit. So muss das sein hier. Komm mal bitte her mit deinem dreckigen Haki. Zack. Eingenommen. Puh. Ich hab schon für den Moment Angst gehabt, aber wir haben mal immer hier die 6 Minuten. Ich dreh durch, Honeyball. Nein. Wieso ich... Ey, ey. Geht's dir noch gut, Honeyball? Da, 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 da. Komm schon. Ja, mach mir den Tornado. Nein. Oh, 5 Minuten. Ich hasse diesen Zeitrock. Ich kann nicht erklären, wieso. Ich hasse ihn einfach nur. So. Ey. Okay. Jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Das muss ihn volle Kanne treffen. Yes. Das ist ein Red Dog. Fuck. Okay. Das sollte eigentlich jetzt gut gehen, denn er ist ja jetzt auch im Haki-Modus, aber ich auch. Komm schon. Bims. So. Das war's für dich. Auf jeden Fall. Frankie? Normalerweise hätte Frankie kommen müssen. Yes. Mit der Jetpistole haben wir's geschafft. Ey. Mission abgeschlossen, oder? Ne. Der Zeitcounter läuft nur immer. Ich krieg die totale Krise. Warum geht der Zeitcounter noch? Hab ich was verpasst? Ähm. Warum? Warum? Da ist ne Kiste. Aber sollte mir eigentlich so ziemlich egal sein, weil wir haben Zeitdruck. Äh. Aufzug. Aufzug da. Jinbei. Okay. Aber, was soll das? Die haben immer nur noch 5 Minuten. Ne. Jetzt nicht mehr. Oh Gott. Ich hab schon echt Schiss gehabt hier. So. Das nehmen wir mal mit. Magellan. Hallöchen. Na Magellan, was geht mit dir, hä? Wir haben doch damals schon mal dein Gefängnis geschrottet. Ich weiß noch, den habe ich in Pirate Warrior 1. Habe ich ihn gehasst? Hahahaha. Ich hab ihn so sehr gehasst. So, Haki. Oh mein Gott. Jetzt haben wir hier aber einiges. Boah. Ah, da ist schon wieder ne Zeit. Nein. Das ist ja ein blödes Level. Echt. Weil. Ich mag keinen Zeitdruck. So. Verschwindet. So. Anführer ist erschienen. Wo? Shit. Franky. So. Gut. Der hat die anderen auch noch mitgenommen. Okay. Ah. So. Gut. Gut. Und jetzt. Good Raw. Sehr geil. Okay. Haben wir ja gut gemeistert. Aber. Wie gesagt. Wir sollten den Tag nicht vor dem Abend loben. Was ist da hinten? Ne. Piraten. Okay. So. Wir sollten jetzt erstmal nach vorne preschen hier. Denn wir haben wieder mal nur noch 10 Minuten Zeit. Zeit. Ah. So ein Mist hier. So. Da 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 da. Ah. Geht doch mal alle platt. So. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Da 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 da. Na. 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 Ja. Na. Ja. Gut. Hier gehen gerade einige platt. Ja. 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 Gut. Na. Ja. Mach ich hier gerade echt falsch. So. Den wollte ich ja machen. Komm schon. Was haben wir hier? Nettes. So. Komm schon. Mach doch hier mal alles platt. Ja. Ja. Gut. Anführer ist erschienen. Wo ist er denn? Da. Sehr gut. Komm. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Die Basis hier nehmen wir auch noch ein. Na. Habe ich ihn jetzt getroffen? Nein. Okay. Dann bekommt er jetzt halt meinen Haki ab. Ist mir so ziemlich egal. Wir gehen jetzt ins nächste Territorium. Weil da vorne ist schon Minotaurus. Hi. Was sagst du? Hahaha. So. Dann bekommt sofort Frankie ab. Alles klar. Okay. Nimm das mal mit. Ja. Sehr gut. Boah. So kann man natürlich Minotaurus auch hier plätten. Und jetzt. Cool. Boah. Alles klärchen. Das konnte er ja nicht aushalten. Unmöglich. Er ist down. Ja. Sehr, sehr geil. Okay. Den Kommandanten habe ich auch platt gemacht. Sehr schön. Aber. Mist. Hey. Die haben neue Haken. Okay. Ich mag die Haken gar nicht. Hey. Wir haben ja noch 6 Minuten Zeit. Shit, Mann. Oh. Was geht denn hier ab? Wir haben doch noch 6 Minuten Zeit. Komm schon. Haki. Da 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 da. Und down. Ja. Was ist los hier? Da vorne ist noch ein Basenkommandant. Ja. Down. Und da vorne noch die hier. Komm schon. Einmal weg. Oh Gott. Die Zeit rennt. Echt. Ich hasse das. Schalte Magellan aus. Ja. Wo denn? Ich sehe ihn nicht da. Oh. Da oben? Wisst. Da fehlt wieder eine 30 Minuten Folge. Ich sehe das schon, Leute. Äh. Äh. Doch. Der hat mich reingelassen. Lol. Okay. Na jetzt bin ich ja mal gespannt. Style ist voll und da ist Magellan. Hallöchen. Hi. Kumpel. So. Einmal hier. Rasen. Und überhaupt. Ja. Gut. So können wir ihn natürlich schnell ausschalten. Ja. Komm schon. Magellan. Da 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 da. Und. 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 Komm schon. Frankie. Hilf mir. Ja. Gut. Ja. Verdammt gut. Hohohohohoho. Der bekommt genau das, was er braucht. Good. Wow. Sehr gut. Magellan. Zieht sich zurück. Sehr gut. Aber irgendwie geht noch immer diese dumme Zeit. Shit. Warum geht die Zeit noch? Hä? Ich verstehe es irgendwie nicht. Warum? Warum? Ah. Okay. Magellan hat den Gipfangriff abgebrochen. Gut. Oh mein Gott, Leute. Echt. Das ist echt der Hammer. Ich habe für einen Moment gedacht, wir würden es verkacken, weil die Zeit echt nicht ausgereicht hätte. Aber wir haben ja nochmal Glück im Unglück gehabt. Na gut. Da würde ich ja mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge One Piece Pirate Warriors 2 wieder. Bis dann. Euer Let's Play E-Gamer. Da. Oh. Don Gest. on.